Ich bin so sauer. Sie sind überall. Ich kann hingehen, wo ich will. Gut, das Zeug verrottet bestimmt, aber wie lang verschandelt es vorher die Gegend? Du würdest wahrscheinlich jetzt zu mir sagen, als Nichtraucher ist das ja auch mal schnell verteufelt. Aber ich ziehe doch auch nicht meine Bäckertüte vom Brötchen und lasse sie fallen, wo ich stehe. Und noch viel schlimmer, keiner der Umstehenden sagt dann auch nur ein Wort. Letztes Jahr habe ich mit einer Kommilitonin am Rhein gesessen. Und ich esse doch so gerne mal diese Paprika-Kringel-Chips-Gedönse. Die Dinger sind immer in solchen Dosen verpackt. Meine war jedenfalls gerade leer und ich höre mich noch sagen, krass, ich habe echt gedacht, wir sind in der Natur. Und hatte im Sitzen neben dem Gespräch schon sieben Kippen aus dem Sand gefischt. Daraus haben wir dann einen kleinen Versuch gemacht. Bis zurück zu den Rädern sammeln wir jede Kippe, die wir finden, in der Dose. Das ist ein ganzes Stück da draußen am Stadtrand. Die Leute kommen mal her, um sich am Wasser in die Sonne zu legen. Du glaubst es nicht. Die Dose war bis unter den Rand voll. Und das hat mich schon wirklich verblüfft. Ich musste mich da echt erstmal abreagieren und das erstmal verdauen. Auf dem Rückweg haben wir zusammen noch überlegt, wo diese Unachtsamkeit herkommt. Man raucht wohl und genießt die kleine Befriedigung der Sucht. Und dann hast du ja auch nicht immer einen Müller in meinem Umkreis. Okay, verstehe ich. Aber wenigstens die eigenen Kippen kann man doch mal mitnehmen. Ich will ja nicht der olle Nörgler sein, aber irgendwie will ich an diese Leute appellieren, ihnen Mut zu sprechen. Wo hört denn heute das Zuhause auf? Das eigene Zuhause? Ich meine, dort muss ich doch auch aufräumen. An meiner WG-Zimmertür? An der Wohnungstür? Am Briefkasten? Am Bäcker an der Ecke? Oder erst am Stadtrand? Irgendwie schmeiße ich zu Hause die verbrauchten Streichhölzer beim Kerzenanzünden ja auch nicht einfach hinter das Sofa. Und das, obwohl ich dieses gemütliche Licht abends echt mag. Zugegeben, ich kann mich aber auch nur an ein paar Male erinnern, einen Raucher, der einen Stummel wegwarf, angesprochen oder aufgefordert zu haben, dies zu unterlassen. Vielleicht sparte mir das auch das eine oder andere blaue Auge. Es ist wohl akzeptiert, gar durch klinische Studien bewiesen, Rauchen als eine Krankheit attestiert. Und was macht da schon der eine oder andere Filter? Fällt ja eh nicht auf. Jetzt stell dir mal vor, du bist Vater und mit deinen Kindern am Rhein. Ihr baut eine Sandburg. Was willst du denn da absolut nicht in den Händen deines Kindes sehen? Jetzt bin ich vielleicht gerade noch nicht so weit. Aber Kinder gibt es doch die ganze Zeit. Müssen ja nicht immer die eigenen sein. Das war nur eines der lebenswirklichen Beispiele. Von der Umwelt brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich glaube, jeder sollte selbst entscheiden. Will ich mir das antun oder nicht? Aber dennoch sollte man doch auch an die Mitmenschen denken. Gibt es doch Schlimmeres als das, was ich eben noch im eigenen Mund hatte, mal fünf Minuten in die Jackentasche zu stecken. Jetzt schwafel ich dich hier zu. Eigentlich müsste doch die Frage lauten, was hebe ich auf, was ich nicht selbst hab fallen lassen, um den anderen, denen ihre Kippen nicht mehr in die Jackentasche passen, zu helfen, unsere Lebenswelt sauberer zu halten. Sorry, aber das musste jetzt echt mal raus. Du, ich versuch's später nochmal. Mach's gut, ne? Ciao. Ende der Nachricht Danke, auch Deine Mitteilung bewegt das Lakum. Danke. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017